Für Muslime auf der ganzen Welt ist heute ein besonderer Tag. Das Ende des Fastenmonats Ramadan, ein Feiertag. Zum Fest gehört gemeinsames Beten, wie hier in Mekka, der Geburtsstadt Mohammed, wo sich tausende Muslime zusammengefunden haben. Die Muslems feiern, dass sie die Entbehrungen des Fastens gemeistert haben. Der Ramadan begann am 20. Juli. Der Fastenmonat ist eine im Koran verankerte muslimische Pflicht. Gefeiert wird das Ende des Ramadan auch von der halben Million Muslimen, die in der Schweiz leben. Zum Beispiel in Dirtikon im Kanton Zürich. Franziska Ramser. Kurz nach acht strömen die Zürche Muslime zur gemeinsamen Feier in die Stadthalle Dirtikon. Rund 2000 Menschen treffen sich hier zum Fest des Fastenbrechens. Die Frauen versammeln sich zu Gebet und Predigt in einem separaten Raum. Es ist eine multinationale Gemeinschaft, die hier betet. Ägypter, Somalier, Pakistani, Tunesier. Muslime aus aller Welt auf engstem Raum. Dann gibt es Süssigkeiten und Kaffee. Das erste Frühstück seit Wochen. Die Menschen hätten sich enorm auf das Fest des Fastenbrechens gefreut, sagt Hussein Karaboush von der muslimischen Gemeinschaft Zürich. Die Leute haben Freude, die haben den Monat geschafft, gefastet, gebetet und jetzt ist die Belohnung. Und das ist ein grossartiger, grosser Tag für die Muslimen. Und er hat erst begonnen. Nach der Zusammenkunft in Dirtikon feiern die Menschen zu Hause oder bei Verwandten weiter. Wir gehen jetzt nach Hause und dann besuchen wir unsere Mami erst noch. Und dann kommen alle zu mir, auch Kollegen und Schwestern, und dann kochen wir miteinander und essen. Also meine Mami kocht traditionell kurdisches Essen. Dann gibt es Suppen, Reis, Fleisch. Für muslimische Kinder ist heute sozusagen Weihnachten. Es gibt Geschenke. Das frohe Fest dauert noch bis Dienstagabend.